Hallo Ladies und Gentlemen und natürlich seid ihr auch dieses Mal willkommen zu einem neuen Laber 0815 Video auf dem Zweitkanal. Das ist ein Video bei dem ich mir gedacht habe, hey das passt super auf meinen Zweitkanal, denn ich habe Bock das Video zu machen, aber wirklich aufwendig wird dieses Video nicht. Schauen wir mal im Vorhinein, falls ihr euch irgendwas über dieses Video erwartet. Ich rede über Devilman Crybaby. Das ist eigentlich alles, was hier großartig passiert. Ein Review halt ohne großartig ein Review zu sein. Ich rede über Devilman Crybaby. Ich glaube, so nenne ich das Video später auch. Keine Ahnung, habe mir ehrlich gesagt nicht viel Gedanken dazu gemacht, denn ich habe diesen Anime vor einer Zeit gesehen. Unter anderem auch, weil ich sehr, 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 sehr viel YouTuber, oder wie sagt man, zu Anime-fokussierte YouTuber darüber geredet haben, die ich abonniert habe. Und mir ist aufgefallen, obwohl diese Serie in den internationalen Gewässern sehr, sehr viel Hype produziert. In Deutsch habe ich nicht wirklich viele Leute gesehen. Ich meine, auf Twitter in meiner Timeline relativ viele Künstler haben über Devilman Crybaby gepostet. Und ich habe aber noch nie auf YouTube, oder niemanden auf YouTube, den ich kenne zumindest, auf Deutsch drüber reden hören. Deswegen dachte ich, wäre es vielleicht eine ganz coole Idee, selber ein Video darüber zu machen. Ich möchte dem Video eigentlich nur großen Teil zu meinen Eindrücke geben und natürlich auch eine Empfehlung, dass ihr euch diesen Anime anschauen wollt. Das Ganze wird, wie gesagt, ihr kennt meinen zwei Kanäle, jetzt irgendwie so 0815, so Müll-Videos halt, ne, auf denen ich einfach nur irgendwas rede oder mache. Und in dem Fall gebe ich meine Eindrücke zu Devilman Crybaby. Zum Hintergrund, Devilman Crybaby, für die, die es auch noch nicht kennen, Ich werde in diesem Video hier leicht spoilern, also, keine Ahnung, worum es halt geht, was halt in den ersten Episoden passiert, ne. Finde ich nicht wirklich schlimm, aber ich weiß, es gibt Leute unter meinen Abonnenten, ich weiß jetzt nicht, welche Leute hier auf meinem Zweitkanal auch abonniert haben, aber es gibt Leute unter meinen Abonnenten, die sind sehr, 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 sehr empfindlich, was Spoiler angeht, also unfassbar empfindlich. Deswegen, ja, ich werde kurz, ich werde auch drüber reden, was so passiert in den ersten Folgen. Keine wirklich, äh, wirklichen Plot-Twist-Spoiler, nur am Ende werde ich vielleicht so über die wirklich, wirklich heftigen Sachen reden, die wirklich den Plot vorantreiben, aber dann werde ich vorher nochmal sagen, hey, Spoiler-Warnung, also, hier eure obligatorische Spoiler-Warnung, ähm, ich werde über, ne, über Sachen reden, die passieren, und ganz am Ende vom Video werde ich, äh, kurz nochmal eine Warnung geben, wenn ich wirklich heftige Sachen bespreche. Ähm, Devilman Crybaby ist, äh, für die Leute, die es nicht kennen, um jetzt fortzuführen, eine Netflix-Anime-Serie, die, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, erst 2018 rauskam, also, die kam diesen Monat raus, wenn ich dieses Video aufnehme, und, äh, ich hab viel darüber gelesen und viel davon gehört, vor allem, besonders, was, was am meisten darüber beredet wird, ist, wie abgefuckt diese Serien ist, wie heftig diese Serien ist, wie, wie unfassbar brutal und erotisch und wie auch immer, ähm, also, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich geh zumindest mal davon aus, Devilman Crybaby ist ab 18, aber dann ist, wird ja auch explizit, äh, nackte Körper und, 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 äh, unzensierte Gewalt gezeigt, ich glaube, Devilman Crybaby ist ab 18, ich kann's mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen, ähm, ja, genau, und, äh, Devilman Crybaby hab ich viel von gelesen, und vorgestern lag ich krank im Bett abends, ähm, hab mich zwar noch dazu aufgerafft, ein oder zwei Seiten vorzuskizzieren von meinem Manga, aber, ähm, bin nicht wirklich weit gekommen, lag im Bett, konnte nicht schlafen, und, ähm, ne, man hat nichts zu tun, und dann dachte ich mir, hey, ich schau einfach mal in die erste Folge rein und hab dann tatsächlich alle 10 Folgen, weil es gibt von Devilman Crybaby insgesamt nur 10 Folgen, ähm, durchgemacht, äh, es sind auch nicht viel, ich meine, 10 Folgen, wie viel sind das, irgendwie 3 Stunden oder so, also jetzt nicht, äh, ein bisschen mehr über 3 Stunden, wenn eine Folge nicht mal 20 Minuten geht, also kann man innerhalb von 3 Stunden durchschauen, die Serie, aber ich hab schon wirklich Horrorgeschichten gehört, und ich muss zum Kontext geben, ähm, ich bin nicht weg, also ich, äh, es gibt spezielle Sachen, die mich, ähm, die mich triggern, oder die ich nicht anschauen kann, ähm, kommt immer ein bisschen auf Source Material an, aber ich muss an dem Punkt sagen, ich hab nix gegen Gewalt, und ich hab nix gegen, gegen, weiß nicht, nicht Erotik in Filmen, sobald sie sinnvoll genutzt wird, ich bin kein Fan von Edgy, oder, oder von so, 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 Edgy-Gewalt, also nicht Edgy, sondern Edgy-Gewalt, so, oh, guck mal, oh, voll cool, wir haben Blut, so, so, was find ich irgendwie dumm, wenn's einfach nur Gewalt, weil's cool ist, ich, ich, ich rede jetzt nicht von Shonen-Anime, sondern wirklich so, oh, guck mal, wir haben Blut, uh, ähm, Devilman Crybaby, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich diese Befürchtung glücklicherweise nicht bestätigt, weil in Devilman Crybaby ist, zugegeben, in jeder Folge haufenweise Gewalt und, ähm, naja, nackte Haut, so gesehen, ähm, aber ich, ich muss an dem Punkt sagen, es ist nicht, es ist, ich glaube, wenn ich's vergleichen müsste, die Erotik in Devilman Crybaby, dann ist es so Kunsterotik, ähm, zumindest meines Erachtens nach, ähm, es ist, äh, es ist so Kunsterotik, wie wenn du in einem Museum das Gemälde von einer nackten Frau siehst, dann ist das auch nicht wirklich, äh, äh, zu erotischen Zwecken da, sondern einfach nur, ne, der Kunstwillen, und auch so hab ich das Gefühl, in Devilman Crybaby wird die Gewalt und die Erotik und diese ganzen 18-plus-Themen, die werden, äh, sehr sinnvoll genutzt, also, das muss ich sagen, ähm, da hatte ich Angst, dass es, dass es halt nur diese ganze Gewalt drin hatte, weil es, weil es cool sein möchte, aber das muss ich, muss ich sehr loben, ähm, wurde sehr sinnvoll genutzt und muss ich auch sagen, war sehr, äh, sehr gut unterhalts, ist es unterhaltsam, anderen Leuten beim Sterben zu sehen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kann ich schon mal im Vorhinein sagen, Devilman Crybaby hat mir sehr gut gefallen, was ich aber nicht so wirklich nachvollziehen kann, schätze ich, äh, weil, weil, nochmal für den Kontext, für Leute, die es nicht, äh, wissen, Devilman Crybaby ist jetzt, ich glaub, 40 Jahre alt oder so, also der Manga, der Original, das Source-Material ist jetzt irgendwie in den 80ern oder so, also fast 40 Jahre alt, ähm, oder ich, ich meine, korrigiert mich meinetwegen, wenn, wenn es euch glücklich macht, aber ich meine, so in den 80ern wurde der Manga zu Devilman Crybaby gezeichnet, ähm, von einem, so wie ich gehört habe, sehr talentierten Mangaka und es gibt auch viele Leute, die haben den Manga gelesen, bevor Devilman Crybaby rauskam, aber ich hab den Manga nicht gelesen, ich hab noch nie was von Devilman gehört, noch nie, also von diesem, es gibt da mehrere OVAs und eine Anime-Serie schon dazu, also sehr alte Anime-Serie und sehr alte OVAs, aber die gibt's dazu, nie was davon gehört, nie davon gesehen, irgendwas gesehen, ähm, war mir komplett neu, Devilman, das Franchise, und ich bin dementsprechend, äh, schon mit Erwartungen reingegangen, weil, wie gesagt, ich hab, äh, ich hab mehrere, äh, Leute davon sehr, sehr, sehr schwärmen hören, ich hab viele Leute davon gehört, die da, oh, das ist, oh, unfassbar gut und Anime of the Year, und, äh, weiß nicht, obwohl wir erst Januar haben, und, äh, das hat mich dann schon ein bisschen, das hat mich dann schon ein bisschen gereizt, da reinzuschauen, der Art-Stil gefällt mir auch voll gut, ähm, das ist ja von Yuasa, also der Direktor Yuasa von dem Anime, der hat, ähm, der hat auch so Sachen wie Ping-Pong, wie Animation und Kaiba und wie sie nicht alle hießen, also die kannte ich tatsächlich, die vorherigen Werke von dem Kerl, und, äh, Yuasa, also der Direktor ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr, sehr schrille und schräge Psychos, also wirklich seltsame, also, ne, seltsam in dem Sinne von Sachen, die sehr, sehr, sehr außergewöhnlich sind, ähm, macht, dementsprechend hat Devilman Crybaby auch eine unfassbar, ähm, außergewöhnliche Optik, äh, die Animation finde ich zumindest dann sagenhaft, vom Soundtrack haben auch voll viele Leute geschwärmt, ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht so meins, ist sehr, sehr viel, so, so 80er-Jahre-Techno, und, und, für den, für den Anime an sich passt es super, also, für den Soundtrack, also der Soundtrack an sich passt zur Serie wie die Faust aufs Auge, also, und, und, unfassbar gut, ähm, aber mir persönlich gefällt er nicht, also, ist jetzt nix, was ich mir runterladen und privat anhören würde, aber von einem musikalischen Standpunkt oder von einem, äh, weiß nicht, von einem filmischen Standpunkt her, und, unfassbar gut, äh, passender Soundtrack, aber mir liegt er halt nicht so, ist jetzt nix, wovon ich unfassbar schwärmen könnte, aber er erfüllt auf jeden Fall sehr gut seinen Zweck, und zwar die Stimmung setzen, und die, die tut er auf jeden Fall sehr gut setzen. Äh, ja, ich hab übrigens, ähm, also ich hab ja jetzt großen Hals nur Rahmenpunkte besprochen, aber ich hab mir übrigens null Text- oder Stichpunkte aufgeschrieben, ich mein, ich hab euch jetzt schon dreimal irgendwie gewarnt, dass das Video hier nicht so großartig Aufwand verbunden ist, und ich nur meine Gedanken drüber geben möchte. Dementsprechend geben wir, glaub ich, jetzt schon einen milden Spoiler, also, was in den ersten paar Episoden, zwei, drei Episoden passiert, und ich hab, äh, ich weiß nicht, ich glaub, bei Forster Bento, ähm, also, bei den Jungs von Team Forster schon gehört, äh, die haben von Anfang an schon gesagt, hey, äh, wenn dir die ersten drei Episoden gefallen, dann gefällt dir der Anime, und wenn dir die restlichen Episoden, äh, oder wenn dir die ersten drei Episoden nicht gefallen, dann lass die Finger von dem Anime, oder wenn dir alleine schon die erste Folge zu viel ist, weil, äh, ich muss auch sagen, es wird sehr abstrakt, ähm, aber wie gesagt, nix, was mich jetzt unfassbar will, weil, wirklich, es gab so viele Leute, die gesagt haben, oh, das ist vielleicht manchen Leuten zu heftig, oh, Devilman Crybaby übertreibt es, und ich fand's jetzt nicht sehr übertrieben, also, ich find mal, ähm, ich weiß nicht, ich hab, äh, teils Abonnenten, die sind Studenten, und in meinem Alter, und es gibt Abonnenten, die sind noch Grundschüler, ich weiß nicht genau, wer sich das jetzt anhört, wer von meinem Hauptkanal hier rübergekommen ist, aber ich, äh, meine, es gibt vielleicht den ein oder anderen Personen, die, äh, die sich mal so ein 80er-Jahre-Anime angeschaut hat, und, äh, 80er-Jahre-Anime, die haben generell viel Blut, und viel, äh, Erotik drin, und viel nackte Haut, oder zumindest so diejenigen, äh, die ich gesehen hab, wo ich einfach mal reingeschaut hab, das ist generell, früher wurde das da anscheinend nicht so strikt mitgehandelt, oder war Anime noch viel, viel mehr für eine sehr erwachsene Zielgruppe gedacht, meine ich, äh, oder zumindest hat er so den Eindruck gemacht, und das siehst du Devilman Crybaby auch sehr an, wie ich's vorhin schon erwähnt hab, es benutzt die Gewalt, ähm, immer sehr, um Sachen zu symbolisieren, beispielsweise, wie Akira dann auf einmal zum Devilman wird, wie dieser, wie dieser kleine, schmächtige Kerl dann auf einmal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Leuten den Kopf abreißt, oder nicht Leuten, halt Dämonen, aber ja, ne, ähm, find ich sehr, also, in dem Fall find ich's sehr gerechtfertigt, ich find Gewalt gut, wenn sie gerechtfertigt ist, ich find generell, wenn du sowas rechtfertigen kannst, und es Sinn macht, dann ist das echt verdammt gut, und Devilman Crybaby hat mir auch sehr gut gefallen, auch so die ersten paar Folgen, ähm, haben mich nicht großartig geschockt, ich glaub so, die, die wirklich großen, wo die großen Plot-Twists am Ende kamen, da muss ich sagen, da, hab ich schon, wow, laut gesagt, also, ich, ich kann an dem Punkt sagen, ähm, die Story, um vielleicht mal die Story zu behandeln, äh, ist nichts, äh, Spezielles, ähm, auch, äh, Devilman Crybaby hat seine Fehler, sag ich an dem Punkt auch ganz ehrlich, äh, Devilman Crybaby hat, äh, nicht, nicht wenig Fehler, beispielsweise das Pacing, also die, die, die Schnelligkeit, mit der die Story vorangeht, ist am Ende komplett durchgefickt, also, äh, da kann schon sein, dass mehrere Wochen innerhalb von, äh, von einer, am Ende ist eine Kampfszene, und die, die streckt sich über Wochen, geht aber über ein paar Minuten, und das ist, äh, oder, oder, es wird so viel so schnell abgehalt, äh, abgehandelt, wie auf einer, wie auf einer Checklist, also, check, 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 den Plotpoint, den Plotpoint, ähm, ja, hm, also an dem Punkt sollte ich vielleicht sagen, äh, Devilman Crybaby hat seine Fehler, und deswegen muss ich auch sagen, für mich ist es jetzt nichts übermäßig Geiles, also, ich kann's empfehlen, für Leute, die, äh, den, ne, wie gesagt, für Leute, denen sowas wie, äh, viel Gewalt und Blut und so nix ausmacht, klar, kann man sich gerne anschauen, ist ein guter Anime, ich würd's sagen, ist ein guter Anime, nur halt kein Meisterwerk, aber was ich an diesem Anime sehr zu schätzen weiß, ist, dass eben besonders wegen dem Direktor Mas, Masaki Yuasa, war's glaube ich, ich weiß den Vornamen gar nicht mehr, äh, jedenfalls merkst du an, dass es von diesem Direktor gemacht wurde, auch, dass es modernisiert wurde, weil, wie bereits erzählt, der Anime ist in den 80ern, 90ern, oder der Manga ist in den 80ern, 90ern geschrieben, und in Devilman Crybaby kommen dann tatsächlich Punkte wie Twitter, oder, ne, es wird nicht beim Namen genannt, aber du merkst offensichtlich, es geht teils um Twitter, wie Twitter, äh, eine wichtige Rolle spielt, und, und du, du merkst einfach, der Direktor, der hat das Ganze in die moderne Zeit rübergebracht, vom Artstil und von den, auch von den Animationen, klar, aber auch von den Inhalten her, jeder hat, äh, jeder hat ein Handy, ein richtiges Smartphone, äh, anstatt jetzt, ich weiß nicht, ich hab den Originalmanga nicht gelesen, aber dort gab es wahrscheinlich kein Twitter und kein Smartphone, find ich gut, dass das so, so gut in die moderne Zeit übersetzt worden ist, also, ich kann, ich kann nur davon schwärmen, äh, ich bin mir auch voll und ganz bewusst, dass es wahrscheinlich viele Leute gibt, die das Ganze ansehen und sagen, boah, das ist voll hässlich, oder, hä, das ist voll schräg, oder so, ich, ich sehe Devilman Crybaby wirklich als, und das ist keine wirklich Untertreibung, sondern für mich passt diese Beschreibung ganz gut, für mich ist Devilman Crybaby relativ moderne Kunst eigentlich, so wirklich viel abstrakt, so die eine Szene, in der, in der das Mädchen zu Eselgeräuschen masturbiert, wo, 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 du, du verstehst den Sinn, oder ich bin vielleicht zu dumm und verstehe den Sinn hinter der Szene nicht so ganz, aber das ist ja der, das ist ja der Punkt hinter moderner Kunst, man versteht den Sinn irgendwie nicht und, und es wirkt random, aber es hat irgendwie eine Bedeutung, so, so kann ich Devilman Crybaby, glaube ich, sehr gut beschreiben, es passieren so manche Sachen, wo du dir, äh, äh, war, war, war die, war die Szene jetzt nötig, in der der einte, die andere jetzt in der Luft vergewaltigt, so, äh, du denkst dir zuerst so, äh, aber, aber andererseits, natürlich, die, die Szenen haben irgendwo ihren Sinn, klar, und der Direktor hat sich was dabei gedacht, aber an dem Punkt sollte auch jedem klar sein, es ist nicht für jeden, also, Leute, die vielleicht etwas zarter beseitet sind, und damit will ich auch niemanden angreifen oder sagen, oh du Pussy, äh, kannst nicht mal Devilmay Crybaby schauen, äh, nein, es ist, es ist wirklich, ich, ich sag übrigens immer Devilmay Crybaby, ich meine wirklich Devilman Crybaby, aber ich, ich weiß nicht, ich sag's irgendwie immer so, es kommt automatisch raus, ich versuch, ich versuch darauf zu achten, und an dem Punkt, glaub ich, weil ich mich nicht zurückhalten kann, sag ich jetzt einfach mal, Devilman Crybaby ist super, also wie gesagt, kein, kein unfassbares Meisterwerk, das, dass ich jetzt irgendwie Memoiren halten würde, aber auf, auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtiger Anime, finde ich, weil, weil es einfach zeigt, wie anders du sein kannst und trotzdem erfolgreich wirst, ich bin mir ziemlich sicher, es wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wenn es, wenn es so ein Standard-Anime, also, ich meine, Inhalt gleich gewesen wäre, aber ein anderer Direktor das Ganze übernommen hätte, weil, wie gesagt, der Direktor hat sich sehr viel Freiheit damit genommen, was ich auch cool fand, ist, dass es in Devilman gibt es Leute, die lesen Devilman, das fand ich so cool, oder, oder die schauen Devilman, das ist praktisch, in diesem, in diesem Anime gibt es Leute, die lesen den Original-Manga von den 80er-Jahren, das fand ich sehr cool, ich, vielleicht erkläre ich das jetzt irgendwie sehr umständlich und man merkt es dann aber, wenn man sich den Anime anschaut, ähm, ich möchte auf jeden Fall eine Empfehlung für ihn rausgeben, wenn ihr, ne, wenn, wenn die Kriterien euch erfüllen, schaut einfach die ersten drei Folgen, wenn ihr sagt, die missliegen euch, die, die gefallen euch nicht, dann ist es wahrscheinlich nix für euch, wenn ihr sagt, ihr könnt euch darauf einlassen und das Ganze gefällt euch oder das Ganze macht euch zumindest mal nix aus, dann kann ich eine sehr gute Empfehlung vorausgeben, Devilman Crybabies sind drei oder dreieinhalb, sehr unterhaltsame Stunden, wenn man mal die Zeit dafür hat oder irgendwie im Zug mal nix zu schauen hat, finde ich sehr unterhaltsam, aber ich möchte jetzt mit Spoilern anfangen oder mit heftigen Spoilern, mit Plot-relevanten Spoilern dementsprechend, ja, denn ich möchte über Szenen reden, die mir sehr im Kopf hängen geblieben sind, denn wenn man so ein Anime am Stück anschaut, dann muss man das alles erstmal verarbeiten, ich habe auch gehört, Devilman Crybaby, ja, das ist, das kann man nicht am Stück anschauen und so, verstehe ich nicht, also ich habe es mir am Stück angeschaut, es war zugegeben etwas viel auf einmal, das gebe ich zu, man verarbeitet das Ganze vielleicht so ein bisschen besser oder man kann das Ganze ein bisschen besser einsinken lassen, wenn man wenn man vielleicht zwischen den Folgen, weiß nicht, was anderes macht oder so und ich rede jetzt nicht von Gewalt, sondern oh, du musst einmal kurz aufhören, weil die Gewalt ist so heftig, ich rede, ich meine es ist viel Gewalt, klar, aber jetzt nix, was mich verstört hat oder so, keine Ahnung, ich möchte ich möchte nämlich über Szenen reden, wie gesagt, die mir sehr im Kopf hängen geblieben sind und das wäre einerseits, das wäre einerseits so Szenen wie der Tod von Miki, also von der Hauptprotagonistin praktisch oder von der Love Interest von Akira, wo ich echt sagen muss wie gesagt, Gewalt in Anime macht mir jetzt nicht viel aus, wenn sie Sinn macht, aber das, da musste ich wirklich schwer schlucken, also da, wo sie dann praktisch, wo sie dann praktisch ihren Kopf aufgespießt vor dem brennenden Gebäude rumrennen, das fand ich echt abartig, also alleine schon und wo du dann hinten dran die Köpfe von den ganzen anderen Leuten siehst, die sie aufgespießt haben oder die einzelnen Arme und so, das muss ich sagen, das hat mich hart getroffen nicht gerade, nicht, vielleicht nicht wegen, oder vielleicht wegen der Gewalt, ich weiß nicht warum, aber die Szene, die hat, weil vor allem, ich habe, ich habe es nicht erwartet, dass in dem Moment, in dem ihr Rücken so aufgeschlitzt wird, habe ich gedacht, ich dachte davor so, ah ja, die kommt da raus, irgendwie wird sie wieder gerettet und Deus Ex Machina und sie, irgendjemand holt sie da raus oder sie wird von dem gerettet oder wie auch immer, nein, die wird abgeaxt, das, das hätte ich nicht kommen sehen, ganz ehrlich nicht, ähm, das, vielleicht, vielleicht deswegen, weil ich es nicht kommen sehen habe, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht verrecken alle, aber, aber sie überlebt, irgendwie, irgendwie überlebt sie, auch die Tatsache, dass am Ende praktisch alles stirbt, die ganze Erde oder, oder alles auf der Erde, ähm, alleine sowas, sowas, was ich nicht kommen sehen habe, ich glaube, mit sowas kann man mich eher beeindrucken, irgendein Plottwist, den ich, den ich nicht erwarte und das war einer, den ich nicht erwarte, dass praktisch alle sterben, das war, wow, das, ich, ich dachte echt, die, die kommen da irgendwie raus oder werden irgendwie gerettet oder so, ähm, aber ich finde es auch sehr wichtig, dass, dass die Charaktere das widerspiegeln, also bisher hat mich kein Tod wirklich, also bis zu diesem Punkt hat mich kein Tod wirklich berührt, außer vielleicht den von der Mutter, der, der, da habe ich ja gleich noch mal drauf zu sprechen, ähm, kein Tod hat mich wirklich tangiert, auch als, als seine Eltern gestorben sind, ich eigentlich sollte das, und das ist beispielsweise auch ein Problem, was ich hatte, durch die ganze, durch die ganze Gewalt wirkt es irgendwie trivial, also, ja, dann wird die Mutter abgeaxt und der Vater ist auch tot, aber, pff, weiß nicht, das hat sich nicht wichtig angefühlt, irgendwie, das, und das finde ich ungut, weil ich meine, für den Charakter sollte es ja eigentlich wichtig sein, wenn Mutter und Vater sterben, aber auch für den Charakter, ich meine, klar, der war in dem Moment aufgebracht, Akira war in dem Moment sehr, äh, sehr durcheinander, aber auch nicht wirklich, also nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte, wenn Eltern sterben, direkt vor den Augen, und dann noch durch die eigene Hand, ne, also, das, und das finde ich auch gut, dass der Tod, der mich unfassbar geschockt hat, auch den Hauptcharakter unfassbar geschockt hat, das finde ich gut, dass das so ein bisschen widergespiegelt hat, aber, ähm, mir hat auch bei, bei vielen Toten, hat mir so ein bisschen die, die, äh, die, hat mir einfach so, so die Wichtigkeit, oder der, der emotionale Impact, äh, Impact, sorry, der, der emotionale Einschlag hat mir so, so ein bisschen gefehlt bei vielen Sachen, und, äh, die Szene, die echt so am meisten bei mir geblieben ist, ist der Tod von der Mutter, und ich glaube, jetzt wird's kurz verwirrend, gerade eben habe ich von der Mutter von Akira geredet, jetzt rede ich von der Mutter von Miki und dem kleinen Jungen, wie, wie praktisch, äh, der Sohn, weil er ja ein Dämon ist, wie der Sohn dann auf einmal seine Mutter, äh, frisst, ich weiß nicht, was er darstellen sollte, eine riesige Venusfliegenfalle, und wie, und wie der, wie wir als Zuschauer das rausfinden, wie wir dann in die Perspektive des Vaters wechseln, wie er dann das Zelt aufmacht, und er dann sieht, wie sein Sohn seine Frau frisst, das muss ich sagen, da hab ich, da hab ich auch echt innegehalten, das war, auch, auch, weil's, weil, weil du diesem Charakter so ansiehst, und da war die Animation so wichtig, das fand, das fand ich so gut, die Szene war so guter, in so guter Hand, ähm, dass, dass Joasa das Ganze so gut übergebracht hat, wie, wie der Vater dann schießt, und dann doch nicht schießen will, und dann seinen Blick abwendet, und, und der Sohn fängt an zu weinen, und du, er spricht ja nicht, aber, aber du siehst trotzdem die, die Tränen, die aus seinem Auge rauskommen, und, oh, das war, das war eine wirklich heftige Szene, die, also die, ich weiß noch nicht, wie es mit anderem ging, aber die mich sehr mitgenommen hat, das war, wo, wo du denkst, boah, der Vater, der ist kurz vom Durchdrehen, und sowas erwartest du auch, so eine Reaktion hab ich beispielsweise von Akira erwartet, als er seine Eltern gekillt hat, ähm, aber, hm, ne, aber, aber von dem Vater, und, und vor allem, äh, du hast es so wirklich, dieses Stechen in deinem Herz gefühlt, wie, wie der Vater dann, dann sich vor der Polizei dann rechtfertigen will, so, nein, schießt nicht, da drin ist mein Sohn, und, und, und noch während dem Satz wird er auf einmal von ein paar Kugeln durchgeschossen, und das, 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 die, die Kugeln hab ich in meinem, die hab ich in meinem Herz gespürt, wenn ich's mal sehr melodramatisch nennen müsste. Aber ja, die, die, die Szene war, glaub ich, so, so die, wo am ehesten, wo, wo ich sag, da kann ich mich echt noch Detail für Detail dran erinnern, wie, wie der Vater dann, dann auf den Boden guckt und seine Schultern hängen lässt, und dann, wie der sich umdreht und das nicht kann, und, und ich hab ernsthaft, ähm, nicht gewusst, also ich hab nicht kommen sehen, ob er jetzt wirklich den Sohn erschießt oder nicht, weil es gab in zwei, drei Szenen, wo er wirklich den, den Auslöser in der Hand hatte und gezogen hat, und dann dachte ich, ah, jetzt schießt er, und dann schießt er wieder doch nicht, und jetzt, ah, jetzt schießt er aber, und das, hab mich wirklich so, so an der Kante von meinem Stuhl hängen lassen, ich bin wirklich mit meiner Lehne zurück und hab gedacht, wann schießt er endlich, schießt er überhaupt, ist das, die Szene war, die war Hammer, also, wo, wo ich echt sag, da, da kommt, äh, gute Animation, gute, äh, gute Umsetzung, ähm, gute, äh, auch gute Synchronisation von den japanischen Synchronsprecher, klar, auch, ähm, ich hab keine anderen Versionen davon gesehen, aber da sag ich, da, da kommt das alles zusammen und macht eine wirklich, wirklich fantastische Szene, ähm, oder ganz am Ende vielleicht, so die Szene, wo enthüllt wird, dass Akira tot ist, so ganz, ich spring jetzt einfach mal hin und her, ähm, das war auch eine sehr geile Szene, wo, wo er dann neben Lucifer, ne, nicht Lucifer, oder, äh, Satan, sorry, ich bin mit den Namen durcheinander, war, war Satan Lucifer, ne, Lucifer war doch irgendwie der Sohn von Satan, keine Ahnung, ähm, ich mein, mein Bibelwissen ist nicht so up to date, sorry, ähm, ja, wo, wo, wo die beiden dann nebeneinander liegen und, und ich war mir nicht ganz sicher, ob Akira jetzt tot ist oder nicht, aber dann später wird dir klar, ah ja, Akira ist tot, ähm, ich fand, ich fände die Szene tatsächlich sogar noch besser, wenn, wenn du im Vorhinein nicht gesehen hättest, dass Akira wirklich in zwei geteilt wird von, äh, Satan, wenn sie das nicht gezeigt hätten, dann fände ich das besser, weil du dann, weil, weil da war mir schon fast klar, okay, Akira, Satan hat Akira praktisch komplett besiegt, also, auch als sie dann nebeneinander waren, war mir klar, dass er verloren hat und nur wusste ich nicht, ob er tot war und dann, der Punkt war mir dann klar, als man gesehen hat, okay, ja, er hat, er hat, er ist nur noch zur Hälfte, okay, er ist tot, ähm, auch das Ende, also das Ende-Ende, wo dann tatsächlich die Erde zwei Monde hat, fand ich interessant, dieses, ich glaub, es hing sogar wieder ein Fragezeichen hinter The End, Fragezeichen, ähm, war mir ein bisschen, tatsächlich aber ein bisschen zu offen, ob sich jetzt alles wieder wiederholt oder wie das jetzt alles, aber ich mein, ne, ich hab ja vorhin schon angesprochen, Devilman Crybaby ist moderne Kunst, ähm, und moderne Kunst lässt dich immer im Dunkeln irgendwie, ähm, ja, also nochmal irgendwie alles in allem super Anime an sich, besonders aus dem optischen, äh, Sichtpunkt, aus dem optischen, wie, wie die, die Marathon-Szenen, ich mein, vielleicht, wenn man selbst animiert, dann, ähm, wenn man selbst animiert, dann weiß man das vielleicht eher zu schätzen, ich weiß nicht, ich mein, man muss ja theoretisch nicht selber animieren, um zu sehen, was für Arbeit da drin war, ich weiß nicht, mit wie viel FPS, die, äh, die Marathon-Szenen, ähm, die 100-Meter-Dash-Szenen, ich weiß nicht, mit wie viel FPS die animiert waren, ob das wirklich 20 Frames die Sekunde waren, aber holy shit, das war wirklich mega smooth animiert, das war der absolute Hammer, ähm, und ich weiß, vielleicht, vielleicht tut das andere Leute nicht so beeindruckend, aber mich beeindruckt einfach, auch, auch so, so die, die Szenenwahl, in, also die Komposition und Storyboarding und, und die Key Arts, wo, wo ich echt sag, so, Devilman Crybaby ist halt echt für die Augen wundervoll, ähm, besonders so Szenen, wo du dann, wo du dann auf einmal so First Person gehst, beispielsweise, ich kann mich noch an die eine Szene erinnern, in der dieser 0815-Typ, äh, mit den Uhren am Arm, ähm, praktisch im Dunkeln steht und du siehst alles aus seiner Perspektive und wenn er mit seiner Knarre feuert, dann siehst du kurz diesen Lichtblick und die Leute, die um ihn rumstehen, wo ich echt sag, der, der, der stärkste Punkt an Devilman Crybaby ist die Optik oder, oder generell einfach die, äh, ja, die Optik im Großen und Ganzen, Optik und so, so das Kosmetische, die Kosmetischen und die, und die Oberflächlichen, äh, genau, ich glaub, so nenn ich's eher, so die Oberflächlichen Sachen an Devilman Crybaby sind die aller, allerbesten Sachen und die schwächsten Sachen an Devilman Crybaby liegen unter anderem mit der Story zusammen, ich weiß an dem Punkt auch nicht, ähm, weil, was ich wahnsinnig toll finde, ist, dass Netflix, also weil ich das mitbekommen hab zumindest, seinen Animateuren oder den Leuten, die, nicht nur den Animateuren, sondern den Directors, die Leute, die die Serie machen, komplette Freiheit geben, äh, dem haben wir unter anderem den, äh, das Death Note Movie zu verdanken, weil man Leuten komplette Freiheit gegeben hat, aber hey, you win some, you lose some, mal kommt was Schlechtes dabei raus, mal kommt was super Tolles dabei raus und ich find, Devilman Crybaby war was super Tolles. Ähm, Schwachpunkte, meiner Meinung ganz klar, so Sachen wie Spacing, ähm, was ich, äh, was ich im Nachhinein mitbekommen hab, durch verschiedene Reviews und Leute, die das Ganze besprochen haben, ist, dass dieser einte Dämon mit den mehreren Köpfen und dem, ähm, und dem, dem, äh, dem Mund auf dem, auf, auf dem Torso, dass der praktisch ein unfassbar ikonischer, ähm, Charakter war und du hast es auch irgendwie gespürt, dass es der Charakter war, der Devilman irgendwie so in die Schranken gewiesen hat, ähm, aber, und das war im Originalmanga anscheinend auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Bösewicht, aber im Anime kam der halt so, ja, das ist so ein wichtiger 0815 Bösewicht. So, da sind so Sachen, wo ich sag, ja, da fällt irgendwie auf, ähm, vielleicht war es wirklich, ähm, Zeitdruck irgendwie, dass es hieß, ja, du musst es auf 10 Folgen pressen oder so und was ich auch erst im Nachhinein mitbekommen hab, dass die letzte Kampfszene halt wirklich, wo dann die letzte Bastion der Menschheit in diesem, in diesem, ähm, in diesem riesigen Gebäude war, äh, dass das da praktisch nur noch die letzten lebenden Menschen drin waren. Anscheinend war das im Manga, äh, waren das noch mehrere Kapitel und die wurden innerhalb von drei Minuten im, im Anime, äh, übereilt. Das waren Punkte, wo ich mir denke, ey, das hätte so viel mehr emotionales Gewicht, wenn, wenn die wirklich mehr behandelt worden wären. Aber, ne, ähm, vielleicht, man weiß die Hintergründe nicht, aber dadurch, dass Netflix, äh, äh, ja, praktisch seinen, ähm, ne, den Directors komplette Freiheit gibt, ähm, ist unter anderem auch vielleicht damit zu rechnen, dass, äh, dass, äh, Yuasa sich bewusst dafür entschieden hat und das dann irgendwie als irrelevant empfunden hat, dass da die letzte Bastion der Menschheit ausgelöscht wird und sein Fokus wirklich nur, und das merkst du auch, der Fokus auf dieser Serie liegt bei Ryo und Akira. Äh, äh, die anderen Charaktere waren sehr wichtig, klar, oder waren mehr oder weniger wichtig. Was ich cool fand, ist, dass, ähm, dass die, äh, generell, was ich cool fand, waren die Rapper oder die, diese, diese Street-Gangster-Typen, die haben, also ich kann kein Japanisch rappen oder so und ich kenne mich mit Hip-Hop und Rap auch generell nicht aus, aber die Rapper fand ich super, die, die haben diesen, diesen, diesen Erzähler, diese Erzählerrolle praktisch übernommen, indem sie in ihren Raps, äh, die, die, die Plotpunkte zusammengefasst haben, das fand ich absolut genius, die habe ich sehr gefeiert, habe mich immer sehr gefreut, als sie rankamen. Die Charakter-Designs in Devilman Crybaby sowieso, auch so relativ unwichtige Charaktere wie die Rapper, haben geiles Charakter-Design bekommen. Du hast auch direkt Leuten angesehen, wenn sie, wenn sie von einem Devilman besessen worden sind, also wenn sie ein Devilman, Devilman waren, fand ich, fand ich super, wie gesagt, die oberflächlichen Sachen, die stimmen super, aber unter anderem so Sachen wie der kleine Bruder, ich wusste, äh, um das mal, um das mal beim Namen zu nennen, ich wusste tatsächlich nicht, so, äh, so übereilt war das, ich wusste nicht, ob der kleine Bruder wirklich besessen war oder ob der sich einfach nur so verkleidet hat, weil er Devilman cool findet. Ich wusste es legitim nicht, weil er war ja dann irgendwie so, so besessen und hatte ja diese Augenringe und eigentlich ist es der Indikator dafür, okay, ja, der ist ein Dämon, aber, aber, äh, das war so von heute auf morgen, okay, er ist jetzt ein Dämon, so, äh, äh, wo, wo kam das her, was, ist er jetzt wirklich ein Dämon, wer das irgendwie erklärt? Und, und den Eltern fällt nichts auf, obwohl der Charakter praktisch eins, äh, also nicht mehr aussieht wie davor. Bei Akira ist jedem aufgefallen, so, oh, du siehst so anders aus, aber der kleine Bruder wird besessen und keine Sau merkt's. Also, das ist so, so, äh, wo ich meine Probleme mit der Story hatte, ähm, wie gesagt, das Pacing, ähm, das ist, das ist halt echt komplett, also, je, je weiter Devilman Crybaby voran streitet, desto, desto seltsamer wird das, wird, äh, wird die Schnelligkeit von der Story, also das Pacing, desto seltsamer denke ich mir so, hä, was ist gerade passiert? So, ah, okay, ja, die sind jetzt tot, okay, die, die sind anscheinend gestorben, äh, ja, also, äh, vielleicht, und ich meine, das ist so der Punkt, wo ich sage, das ist vielleicht sogar absichtlich gemacht. Wie gesagt, ich, äh, der, der, der Direktor Yuasa hat, hat es vielleicht absichtlich gemacht, weil er wirklich, oder zumindest hatte ich so den Eindruck, er wollte wirklich alles, was nicht mit Rio und Akira zu tun hat, so schnell wie möglich abhandeln. So wirklich wichtige Szenen wie den Tod von der Mutter, oder vielleicht, vielleicht hat er besonders die Szene herausbringen wollen, das war so die Szene, wo ich sage, okay, ja, die, ähm, die war sehr, die war, die hat mich sehr mitgenommen, habe ich ja vorher noch schon erzählt, aber alle anderen Szenen waren so, so hopp, 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 so eins nach dem anderen. Nur die Szenen mit Rio und Akira sind so die Szenen, wo ich sage, ja, die sind wirklich, die, da merkst du so richtig Fortschritt in, in der Persönlichkeit des Charakters, um es mal so zu nennen. Obwohl, obwohl der Anfang natürlich auch sehr gerusht war, wo er dann sagt, hey, ich bin's, Rio, komm mit, wir gehen auf, wir gehen auf eine, äh, wir gehen auf eine Drogenuntergrundorgie mit Dämonen und viel Blut und Akira sagt, okay, und ich, okay, ja, ich, mein, why not, Akira hat sowieso einen sehr, oder bevor er ein Devilman wurde, hat er sowieso einen sehr naiven Eindruck gemacht. Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es echt nicht. Ähm, also ja, und ich meine, und das wollte ich gerade eben schon sagen, ich meine, sowas war dann vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung, dass es hieß, okay, wir bringen jetzt alles voran, wir bringen jetzt alles voran, Rio und Akira sind die Protagonisten und alle anderen sind relativ unwichtig. Und ich finde, es kann unter anderem dazu führen, dass man vielleicht die ein oder andere Sache nicht versteht. Wie gesagt, ich bin auch hier und da mal echt verwirrt gewesen, wie so, hä, ist der, ist das Kind jetzt, ist das Kind jetzt ein Devilman oder ist es jetzt keiner? Aber als es dann den Hund gefressen hat, ja, da war mir klar, dass es ein Devilman war. Aber, aber, ja, da, da sag ich, das macht auch einen erwachsenen Anime aus. Also selbst wenn das Blut nicht drin wäre, selbst wenn die Erotik, wie gesagt, ist für mich eher so Kunsterotik, aber selbst wenn Erotik nicht drin wäre, selbst wenn Blut nicht drin wäre, selbst dann würde ich es vielleicht sogar eher ab 18 schalten, weil ich sage, jüngere Zuschauer verstehen das so von der Handlung her vielleicht nicht so ganz. Ich meine, ich kenne keinen, ich muss an dem Punkt sagen, ich setze mich null mit Leuten auseinander, die jetzt noch zur Schule gehen oder so, muss ich an dem Punkt ganz offen sagen, ich habe nicht viel mit Leuten zu tun, die jung sind. Also, die jung sind! Nee, ich habe nicht viel mit Leuten zu tun, die zur Grundschule gehen. Ich bin kein Pädagoge, Kindergärtner. Ich kann vielleicht generell nicht so gut mit Kindern. Und deswegen kann ich das vielleicht nicht so einschätzen, aber ich glaube, durch diese schnelle Pacing von der Story kommen vielleicht so ganz junge Zuschauer da auch gar nicht mit. Ich will auch gar nicht, dass sich junge Zuschauer sowas anschauen, weil du siehst halt auch von First-Person-Sex-Szenen und das ist vielleicht sowieso nicht so der Hammer. Aber ich meine, der Punkt, auf den ich zurück will zumindest, ist, es ist auch eine erwachsene Story dementsprechend. Keine wirklich diepe oder komplizierte Story, aber sie ist sehr kompliziert erzählt, zumindest. Oder sehr kompliziert. Es ist, ich meine, es gibt Schlimmeres, klar, aber sie ist, ähm, sie ist schon etwas weniger leicht erzählt. Man kommt nicht so leicht mit, wenn man, wenn man auch nur mal eine Viertelstunde nicht gescheit aufpasst. Das, so den Eindruck hatte ich davon und das macht für mich eine erwachsenerzählte Story aus. Die, um das jetzt, bevor, bevor das jetzt irgendjemand falsch versteht, die Story an sich, nicht so kompliziert und erwachsen geschrieben, aber sie ist von Yuasa sehr, ähm, erwachsen erzählt. Und ich finde es toll, dass der, und genau diese Tatsache finde ich toll, dass es mal außergewöhnlich erzählt worden ist, dass es vielleicht mal ein Anime ist, oder ich garantiere euch, dass das ein Anime ist, der nicht jedem gefällt. Gerade, ja, gerade deswegen, gerade weil er so anders ist und weil er so abartig ist irgendwie, gerade deswegen gefällt er vielleicht nicht jedem. Ähm, wie gesagt, ich sehe es als ein Stück moderne Kunst, ähm, sehr abstrakt, abstrakte Kunst, das glaube ich, okay, abstrakte Kunst, ein Stück abstrakte Kunst. Ähm, ich kann Devilman Crybaby sehr empfehlen, weil ich merke, ich rede jetzt über eine halbe Stunde und ich wollte eigentlich noch ein Video aufnehmen, weil ich vor der Epic Con in Münster nächste Woche eigentlich noch ein Video rausbringen wollte, ähm, also auf dem Hauptkanal. Ähm, ja, ich kann es, wenn, wenn, wenn ihr sagt, es interessiert euch, dann schaut euch die ersten drei Folgen an, sind, ich glaube, eine Stunde, ersten drei Folgen sind eine Stunde. Ähm, schaut euch die ersten drei Folgen an, wenn die euch gefallen, dann gefällt euch der Rest vom Anime wahrscheinlich auch. Wenn ihr sagt, die erste Folge, die war euch schon zu abgedreht oder abgespaced oder vielleicht auch zu brutal, keine Ahnung, ähm, weil es kommt viel Blut vor, aber finde ich, weil so viele Leute gesagt haben, oh, da muss man einen sehr starken Magen für haben, war jetzt nicht mein Eindruck, es kommt halt viel Blut vor, okay, die Hälfte von dem Blut ist eh gelb, also was soll's. Ähm, wenn euch sowas was ausmacht, dann schaut vielleicht rein, äh, und wenn es euch nix, wenn es euch die erste Folge nicht liegt, dann ist es wahrscheinlich auch nix für euch. Das sind so meine Gedanken für Devilman Crybaby gewesen. Ich weiß, ich habe jetzt über diesem Review wahrscheinlich schon ein Dutzendmal Devilmay Crybaby gesagt, aber ich, äh, mach der Gewohnheit halt. Ähm, ja, Empfehlung von mir, danke fürs Zuhören, man sieht sich dann irgendwann mal wieder. Ciao.